Aber wir schauen gerne noch in die alte Försterei, Freunde. Da schauen wir doch gerne mal. War es ein tolles Spiel gewesen, wirklich. Hammer-Game. Schade, 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 dass es nicht mehr geworden sind. Also, nach, was hatten wir, die Stats jetzt? 22, seit Februar 2022? Ich glaube, 24 oder 25 Heimspiele ungeschlagen. Krasse, krasse Statistik. Muss man auch mal Props aussprechen. GG's. Aber gestern hat es nicht sollen sein. Es war ein Spiel zum Vergessen. Vor allem für Kevin Volland. Nein, nicht zum Vergessen für Union. Die haben trotzdem nicht schlecht gespielt, würde ich so nicht sagen. Kevin Volland hat sich aber eine rote abgoldet, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber die war so blöd. Er hat auch direkt danach so gezeigt, scheiße, wie blöd von mir. Hat es auch akzeptiert, eine rote Karte gekriegt. Dann hat Union schon wieder in Unterzeige gespielt, wie letzte Woche gegen Darmstadt, wo sie es dann natürlich nach Hause gebracht haben, weil es, Entschuldigung, dass ich es so sage, nur Darmstadt war. Aber dann hat Leipzig aufgedreht. Ich glaube, es stand schon 1-0 vor der roten Karte. Ja, Xavi Simmonds, Digga. Hast du das Tor gesehen, was er gemacht hat? Ja, Traumtor. Was ist mit ihm? Er ist der erste Neuzugang in dem Alter, der vier Spiele in Folge getroffen hat oder sowas auch. Der ist am Ballen, Alter, wirklich. Xavi Simmonds habe ich auch gesehen bei Run, wo ich das Spiel kommentiert habe, wo ich den live gesehen habe, wie der runtergeht, wie der sich dreckig macht auf dem Platz, wie der fightet und wie mit dem Kopf nach oben er auch spielt. Er sucht Doppelpässe auf jeden Fall. Aber der wurde auch, wo er damals zu PSG gewechselt ist von Barcelona, so krass gehatet für den Move. Ich dachte auch, der wäre viel zu overhyped. Dachte ich wirklich. Weil das ist so diese typische Erwechslung, man hat nichts gehört. Genau, so wie Oedegaard oder sowas. Bei Oedegaard hat man auch lange dann nichts gehört. Wurde Fallin hier hin, Fallin da hin. Dann dachte man, ach, Project Oedegaard wird nichts mehr. Und jetzt geht der ab. Jetzt haben wir uns da raus, ey. Auf jeden Fall. Haut ein Tor aus, 17-16er ist unter die Latte, Alter. Heilige Maria. Danach dann die rote Karte. Das war auch erst 60. Minute, Freunde. Und dann ist wirklich in kürzester Zeit die Flasche geöffnet worden von Leipzig. Tut mir leid, wenn viele Leipziger hätten haben wunderschön Fußball gespielt. So zwei schöne Tore gemacht. Benjamin Schischko. Superspieler. Wow. Superspieler. Aber das wusste man auch schon. Wurde auch so teuer von Salzburg. Ja, aber da hat direkt zwei Buden geknallt. Schön gespielt. Wirklich, was die für einen Fußball gespielt haben. Wie locker flockig auch wirklich nochmal Props an Benny Henrichs. Wow. Wow. So ein, der blüht diese Saison für noch mehr auf. Der ist ja von Leverkusen damals zu Leipzig gewechselt. Viele haben auch diesen Move gehatet. So am Ende. Aber wie der auch setzt. Schmiede für die Nazio? Ja, mal mehr, mal weniger. Also er ist schon dabei. Auch David Raum. Ich glaube, beide sind berufen worden. Oder? Sind beide im Kader. Wir können ja vielleicht nochmal am Ende noch kurz einen Blick auf den Kader werfen. Wir enden aber nochmal kurz das Ding. Eisern, die Eisernen haben lange, lange, lange zu Hause durchgehalten. Aber... All good things come to an end. So ist das manchmal leider. Schauen wir mal. Ja. Ja. Where do all good things come to an end. Ja, das müssen die sich jetzt erstmal geben. Es ist auch vielleicht, vielleicht wie damals. Gala gegen Fennert im Stadion konnten sie nie gewinnen. 20 Jahre. Und danach haben wir die öfter geklatscht. Wer weiß. Vielleicht bricht jetzt Unions Heimburg ein. Ihr wisst, wir haten hier immer natürlich unmaßlich viel Freunde mit einem Zwinkern in den Auge. Vergesst es nicht. Spaß! Ha!